Das Ende der Theorie, wie es Chris Anderson postuliert hat, ist ein sehr kontroverses Thema. Im Wesentlichen geht es halt darum, wie Wissenschaft funktioniert und dass Wissenschaft, das ist die These, anders funktioniert, wenn man mit Big Data arbeitet. Also sprich, unglaubliche Mengen an Daten plötzlich zur Verfügung hat, die man eigentlich nicht mehr menschlich durchsuchen kann, sondern nur noch mit Hilfe von Computern durchgraben kann. Und dass dann halt auch so etwas wie Thesenformulierungen notwendigerweise anders funktioniert, weil man dann halt eher versucht, aus diesen großen Datenmengen automatisiert irgendwelche Muster zu erkennen, als durch Zufallstreffer oder glückliches Interpretieren von Wissenschaftlern. Im Wesentlichen funktionieren halt große Teile der Wissenschaft heute mit der computerisierten Analyse großer Datenmengen. Ob das jetzt schon den Punkt erreicht, dass das menschliche Gehirn gar nicht mehr mitkommt, das ist so ein bisschen Auslegungssache. Ich glaube, wir arbeiten aber immer mehr und mehr auf den Punkt zu, wo im Wesentlichen künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle spielt. Und das, was die menschliche Intuition erfasst, eine sehr viel geringere Rolle. Aber andererseits muss man vielleicht auch menschliches Denken und Computerdenken nicht so getrennt sehen. Also wir verschmelzen ja auch in unserem Geist mehr und mehr mit unseren Maschinen und neigen mehr und mehr dazu, bestimmte Denkprozesse an unsere Maschinen auszulagern. Und können dann dafür andere Denkprozesse stärker beanspruchen.